So Leute, da bin ich auch wieder zurück. Ich hatte gestern zwar schon alle Aufgaben hochgeladen, aber es gab anscheinend Probleme mit der Aufgabe, mit dem Huhn. Das Problem ist, bei mir ist die Aufgabe jetzt schon anscheinend gelöst, weil sie ist nicht mehr da. Aber, ich habe dann in den Kommentaren gelesen, viele sind halt dann zur Farm hingeflogen, also bei denen die Aufgabe noch da ist, sind zur Farm hingeflogen, haben mit dem NPC geredet, haben sich beim NPC für 80 Gold die Aufgabe geholt, Gleite bei Colossal Cropes, haben dann sich einen Huhn geholt, sind dann zu Colossal Cropes und sind dann da rumgeglitten mit dem Huhn und dann hat es wohl gezählt. Aber ich denke mal, alle die, die es gestern schon gemacht haben mit einem Huhn, ohne die Aufgabe beim NPC zu holen, haben die Aufgabe ebenfalls geschafft, weil wie ihr seht, bei mir sind nicht mehr da. Ich glaube, ich habe die XP auch bekommen. Ich glaube, ich war gestern bei Level 253,5 grob. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, ich war auf jeden Fall höher als jetzt. So, ich muss nur gerade mal vorbekommen. Also, der Grundplan ist ganz simpel. Einmal zu ihm hin, dann Besuche Colossal Cropes. Ja, hier steht nämlich nur Besuche. Und anscheinend bei den meisten hat es dann so gezählt. So, da holen wir uns einen Huhn, genauso wie vorher und gleiten einfach ganz simpel darüber. Jetzt hoffe ich halt nur nicht, dass, wie gestern, ich hatte nämlich gestern auch das Problem, dass so viele rumgerannt sind und wollten mich natürlich wegholen, obwohl sie genau gesehen haben, ich habe das Huhn dabei und hast du nicht gesehen. Aber, wie gesagt, so hat es anscheinend bei den meisten gezählt. Bei mir hat es anscheinend auch gezählt, weil es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir darüber gehen, machen das, was in der Hauptaufgabe steht, holen uns einen Huhn, gleiten hier rum und die Aufgabe zählt nicht. Es kann ja nicht sein, dass ich eine Aufgabe machen muss, um eine Aufgabe machen zu können. So, hier habe ich es jetzt besucht und ich denke, bei den meisten wird es jetzt auch zählen, wenn ihr dann so die Aufgabe macht. Also, wie gesagt, bei mir ist er auch nicht mehr da. Oh Gott, das sieht schwer nach einem Bot aus, oder? Aber, ich hoffe, ich konnte den meisten halt jetzt doch wieder weiterhelfen. Wir haben ja gesagt, wenn ihr eine Lösung habt und ich habe sie nicht gefunden, schreibt sie gerne in die Kommentare. Habt ihr auch gemacht, ich habe es natürlich auch markiert. Und ich denke mal, so werden wir alle eine Lösung gefunden haben. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß mit den weiteren Aufgaben. Und haut herein. Ja, haut rein. Wenn ich mir hier aus meinem Blütschirm rausgehe. Ah, jetzt aber. Also, in dem Sinne, haut herein. Also, in dem Sinne, haut hierin.